Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Wusstet ihr, dass ihr dieses grässlige Rot von dem Ladescreen in Minecraft umändern könnt? Dort geht einfach bei Escape, Optionen, Accessibility Settings ganz unten rechts und ein Monochrom-Logo. Das müsste irgendwo links sein, links unten. Wenn ihr das auf Anschaltet, dann ist euer Logo nicht mehr in Rot, sondern in Schwarz. Und das sieht einfach viel entspannter aus. Dann hat man nicht immer dieses grelle Rot im Gesicht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das schon wusstet und abonniert für mehr.